So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, end up doing four, basically. So, end up doing four or three. So, end up doing five of the week, Bis zum nächsten Mal. Wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen und nun lassen wir den Blick schweifen über das Chaos im Garten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.